Wer kennt das nicht? Dein Tag läuft so richtig mies. Eine Fünf Minus! Und dann kommt eine sprechende Katze, verwandelt dich in eine Kriegerin und du kämpfst mit deinen Mitstreiterinnen gegen das Böse. Im Namen des Mondes! Klingt nach einem Traum? Nö! Klingt nach dem geilsten Anime aller Zeiten. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten! Endlich wieder im Free-TV! Hurra! Sehr viel her! Sailor Moon, das Original. Gleich auf Six. Vielen Dank!